In 100 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern links halten. Links halten. In 100 Metern rechts halten. Sie haben Ihr Ziel erreicht. In 400 Metern links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Die Route wird neu berechnet. In 100 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Rechts halten. Links abbiegen. Das hier ist eine Querfeldein-Rundstrecke. Wie beim Querfeldeinrennen. Nur eben rund. Hey, ich hab mir diese Namen nicht ausgedacht. Fahrer Nr. 2 hat soeben den Vertrag unterschrieben. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ach so. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, ja, schon wieder gewonnen. Aber eigentlich war das ein Gemeinschaftssieg von uns beiden. Das war's. 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 Das war's.